hallo dass sie willkommen zur let's play zur let's play her genau zur let's play zuletzt mit dem in diesem part geht es darum wir wollen endlich einen rang haben dann wollen wir mal gucken wie lange dauert skills habe ich alle drin verstärkung habe ich auch bei allen ausgewählt super ich kann ja mal ich muss acht rollen hier reinstellen für 40 miller was kann ich noch einstellen die hier für 100.000 stück selbst die hier für 150.000 stück die sind meistens mehr wert meistens werde ich ja gleich sehen wie viel die weg gehen wenn ihr gleich direkt jemand weg geholt hat dann habe ich die viel zu günstig angeboten so alterasien set fünf fach effekt habe ich wer die cash folge nicht gesehen hat wir haben fast das komplette feuer meister set jetzt wir haben pendel haarschnitt oberteil handschuhe schuhe und echo heißt im klartext uns fehlt nur noch das beinkleid die augenklappe und die flügel die drei stück fehlen noch so geht denn die aktivieren kann ich jetzt mal machen ich weiß nicht warum das manchmal so lange dauert mit dem warten auf dem pvp wir haben gerade eine gute uhrzeit kurz vor zwei mittags wohlgemerkt und da sollte eigentlich was los sein naja müssen wir einfach mal geduldig warten vielleicht geht es gleich was schneller wenn wir erstmal einen kampf hinter uns haben manchmal sagt elzort nämlich na hast noch kein kampf hinter dir wollen wir nicht gucken wir mal wieso kommt da keiner naja gehen wir so lange zur bank guck mal dass wir die sachen gelagert kriegen die sachen nicht gelagert kriegen bvp match jetzt wird sich da freue ich mich jetzt drauf den bekommen wir denn aber die die haben wieder npcs eingeführt deswegen dauert der erste kampf so lange das war einfach das war sogar sehr einfach dann gehe jetzt vielleicht was schneller weil jetzt keine npc mehr kommt fragezeichen da ist genügend platz auf der bank sie selbst gucken wo ich die hin gepackt habe grüner punkt da dealer habe ich nicht die können aber dahin dazu match der kann da rein der kann da rein okay dann wollen wir mal sehen die projektion ist im goku red los geht's das war das war das war das war na wir sein wort zweck haben es geht aber nicht weg jetzt ist zweck ja dann kommt man jetzt habe ich gerannt ok da kommt aber nicht so man ja genau wird aber auch ganz gut zu wissen ja ja hab dich trotzdem erwischt kann ich von mir aus lau sein haja bank sortieren bitte dankeschön blauer punkt da doch nächstes andere gelber punkt roter punkt blauer punkt da habe ich sonst noch irgendwie ist doppelt 90 30 ist 20 30 160 100 das war ich jetzt selbst schuld dass ich abgebrochen habe da war ich gerade beschäftigt jetzt haben wir aber wieder platz im inventar das ist schon mal super muss ich leider abbrechen muss ich leider noch mal schreiben ich versuche nämlich auch meine sachen wieder los zu werden damit ich mir endlich mein komplettes feiern was das jetzt holen kann nicht es ist mir geht's ja ich so ja komm ich kaputt habe ich kaputt habe ich kaputt habe ich glaube ich glaube du kannst es ab ich glaube ich habe mich kaputt so hier sitzen und will der flamen wie auch gedacht nee komm ich rein kein bock sondern noch mal wo ist da vom mond meister liegt ohne in der meister clip was der meister clip und beinkleid war das ja clip beim kleid wos so Ah, ne Ara. Ah, ne Ara. Habe ich richtig viel Schaden gemacht ey. Schön. Hatte die K.O. Schutz oder war was los? Naja, egal. Hab sie down. Ja. Und das Panel ist noch nicht mal auf voller Stufe, das heißt. Mach schon mal gut Schaden. Gut, Türkise Eldrita brauche ich ja auch noch. Na, guck ich mal, ob die jemand verkauft. Nach dem Match. Jo. Ah, da ist schon wieder die Ham. Ham you. Versuch. Und das P招k. Ah, da bist du. Und das P招k. Das P招k. Was ist das? erledigt ja die klasse macht mir spaß auch in pvp da war ja meine hauptsache gewesen warte türkise eltrice ich habe es nicht vergessen diese eltrice so viel habe ich 120 glaube ich brauche aber einiges mehr für die nächste stufe naja kann ja mal gucken nee das ist rüstung hier ist alchemie tribut panel war ich 234 knapp vorbei ist auch daneben oder so ähnlich ging der spruch ich habe keine türkisen da drin da könnte aber die anderen auch verkaufen nach und nach naja jetzt kommt keiner mehr im pvp na doch vielleicht war das eine person gegen die ich jetzt schon öfters gekämpft habe und die wollte dann einfach mal abwarten um sicher zu gehen dass ich nicht wieder kommen und jetzt ist wieder die haben wir hatten soll es das könnte interessant werden ja dann hau doch ab tja damit hast du nicht gerechnet davon hätten jetzt habe ich aber mehr schaden erwartet jetzt alle mit wind kämpfen ja genau selbst schuld so genau die würde es mal ausweichen doch geben will ich auch ausweichen socken ich habe einen ganzen enden es gilt für dich einen ganz netten der wird ja gar nicht gefallen schon gedacht dass das gilt ihr nicht gefallen wird ist richtig schön pvp können die nicht mehr abhauen fällt mir richtig gut okay ich bin der newbie out of way deswegen habe ich in s-rangen eischer besiegt machte meinen kopf drüber falls das sehen sollte gut so So, die Neid. So. Die ist all weg. Hat keiner was gesagt, also. Mich ist immer noch nicht los geworden. Ich will doch noch meine Sachen loswerden. Ei, ei, ei. So. Ah, da ist die schon wieder. Was war das denn? Okay. 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 So. Da fällt mir ein, ich könnte jetzt einfach mal Google fragen. Was sagt Google denn? Okay. 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 Was heißt KeyYS? Okay. 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 sein wer macht so hat ja genau na der macht aber auch richtig gut schaden 81 uuuhu geklaut da ist jemand mad dankeschön wow nice one den muss ich dir lassen das war nice gerade der war richtig gut so einmal verloren und es einmal verloren und es direkt so richtig hoch der Vater ist richtig hoch aber relativ hoch eingestuft Bandkreisfragment kriegt man auch hinterher geworfen was da denn tako magea tako ja ok ist nicht schlecht avatar aim ja nicht was aim geht noch nicht viel so was ist mit arbeiter zubehör für ein gibt es im moment gar nichts so das ist jetzt nur noch ein zusatz kampf danach beende ich die folge ich habe gerade ganz vergessen dass ich eigentlich nur den rang holen wollte passiert und dann machen wir nächste folge mit levin weiter so hallo oh ja genau leck dich durch die der sich da absichtlich durch legt ein der beginnt roh die 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 sind um vor vor haben der naja naja und ich sagen sehen wir es in der nächsten folge und da geht es dann mit dem land weiter bis dahin